So, da bin ich wieder weiter geht's. Ja, wenn ich Ferien habe, dann denke ich mal, werde ich auch dann mit Minecraft 1.16, dem neuen... Puch, zum Glück. Es gibt ja jetzt eine neue Minecraft-Version, die Minecraft 1.16. Ich weiß nicht mehr, ob wir hier drin waren. Mal sehen. Gucken wir mal. Oh, hier gibt's noch Eisen. Gut, das können wir gleich. Oh, alter Mann. Nein, 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 nein. I hate it so much. Na, 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 na. Na ja, auf jeden Fall, dann können wir mit der 1.16 auch mal starten. Oder ich hab mega Bock da drauf. Einfach, ja, weil es viele neue Sachen gibt und ich hab Minecraft in der normalen Version schon länger nicht mehr gezockt. Und deswegen, ja, denke ich mal, können wir das mal machen dann. Alter, ey, ich bin so in dieser A-Steuerung drin. Mal sehen, vielleicht kann ich hier auch in den Optionen meine Steuerung umlegen. Ja, zack, 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 zack. Naja, egal. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal da drunter. Hoffentlich ist der Creeper explodiert, aber er hat nicht zu viel unsere Sachen weggeschwemmt. Ja, wir schwimmen hier einmal gleich kurz mit dem Wasser runter, dann... Ach, meine Güte, Alter. Dann will man es einmal machen und dann funktioniert es nicht. Sieht gut, sieht gut aus hier noch. Ziemlich viel da. Okay, wo ist das Skelett weg? Ja, sieht so aus, ne? Und geil, hier ist noch ein Fossil. Ich hoffe ja so sehr, dass wir bald unseren ersten Dino bekommen. Bin schon richtig gespannt. Und... Äh, zack, zack. Äh, zack. Zack, oh, hier sind ja richtig schön viele Fossilien. Hier noch ein paar. Äh, ne, okay. Mal sehen, das Eisen lassen wir erstmal noch hier. Und gehen weiter in die Höhle. Oh, hier ist auch... Was ist das? Uh. Volcanic Rock. Okay. Permafrost. Mal sehen. Äh... Wollen wir erstmal das hier einmal ab? Okay. Sieht nice aus, damit könnte man vielleicht mal alles bauen. Bauen wir den Permafrost. Permafrost ab vielleicht kriegen. High Sage. Okay. Was haben wir denn da rausbekommen? Ha. Oh. Frozen Meat. Mal sehen. Vielleicht können wir das auch analysieren. Iced Stone. Ist das einfach Cobblestone oder was, wenn wir das aborten? Okay. Das Permafrost können wir mitnehmen. Oh, ne kleine Grog, wenn wir das mal brauchen. Äh, Stone. Okay. Wissen wir das auch mal? Woher wir das kriegen? Okay. Okay. Ich hab jetzt keinen Wassereimer. Okay. So. Machen wir erstmal den... Dingestens hier weg. Remove. Close. Alter, ich bin so froh für diesen Tipp. Oder über diesen Tipp. So. Dann fahren wir jetzt hier nochmal ein bisschen Eisen. Nehmen wir das Eisen mit. Und haben wir noch Kohle hier irgendwo. Dürfte nicht mehr ganz so viel Kohle haben. So. Und wie schon mal gesagt, falls ihr Bock, falls ihr Themen für mich habt, die, über die ich mir mal... Oh, hier sind Hopfusilien. Nice. Über die ihr mich gerne mal sprechen hören würdet oder so Kram, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und ja, ich hab auch 10 Abonnenten erreicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ein spezielles Video machen will, äh, machen werde. Aber was ich, ähm, eigentlich ganz gerne möchte, ich möchte Livestream machen. Dazu werde ich mich dann mal einarbeiten müssen. Ähm, ich denk mal, wenn ich das mache, werde ich mit OBS streamen. Aber ja, darauf hätte ich eigentlich mega Bock. Ich weiß nicht, würdet ihr dabei sein? Schreibt's mir mal in die Kommentare rein. Würdet ihr dabei sein, wenn ich einen Livestream mache? Okay, wir gehen jetzt ganz schnell nach oben. Ähm... Nein, 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 nein. Wanne, hier kommt man ja nicht ganz so gut hoch, ne? Naja, okay. Kommen wir hier hoch, bitte? Ja, ähm, dann könnten wir vielleicht mal zusammen, äh, ja, was zocken und ihr könntet mir Spiele vorschlagen, die, die mich, ähm, die ich zocken soll. Am besten entweder Games, die ich habe, oder ich würde ein bisschen abzocken. Ähm, oder am besten Games, die ich habe, oder nichts kosten, weil... Ja, bei mir und kaufen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Nicht, weil ich zu geizig bin dafür, sondern einfach, weil ich mir die Sachen halt nicht selbst kaufen kann. Ja, aber dann könntet ihr mir das nochmal in die Kommentare schreiben, dann würden wir vielleicht auch ein bisschen Forge of Empires live zocken. Und ja, das Fusterleben hat dort ja angefangen. Aber ja, darauf hätte ich mega Bock und dann könnten wir ein bisschen quatschen. Und, ähm, vielleicht könnten wir auf Hypixel dann ein bisschen was... Auf Hypixel spiele ich privat sehr gerne. Ähm, ich will jetzt was nicht leaken, müsste ich mal mit einer Person sprechen, ob ich hier das leaken darf. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, zocke ich privat gerne und dann... Vielleicht könnten wir da, ähm... Zusammen auch ein bisschen Bad Wars zocken. Ach so, was haben wir jetzt eigentlich aus dem Fustilen bekommen? Also... Ja... Oh! Ein Sapling! Nice! Und wenn wir gleich mal dann... Analysieren... Äh, nicht analysieren... Sondern dann werden wir den gleich mal pflanzen, würde ich sagen, ne? Mal sehen, wo... Wo sollten wir den hin pflanzen? Ich glaube, wir pflanzen den einfach mal so hier hin, ne? Warum geht das nicht? Calamitas Sapling. Okay... Warum kann ich den nicht placen? Nicht grad zu dumm dafür. Hier... Hier kann ich Blöcke placen. Okay... Wisst ihr, was ich da mit Aufsicht hat? Ich weiß es nicht, ich werde mich da mal informieren. Hm... Dann tun wir auch noch mal leise... Nice! Nice! Erste DNA! Nice! Ankylosaurus DNA! Nice! Ah, das können wir auch mal reinkommen. Ah, das haben wir auch noch ziemlich viel Crap. War nice! Ah, unsere erste DNA! Das ist ja richtig... Das ist ja mal richtig nice! Okay, watch it! Das ist so nice! Ich bin dazu gehypt, weil wir den A bekommen haben. Ich craft mal eine neue Kiste noch. Ja, dann können wir, denke ich mal... Ich weiß nicht, ob wir das diese Folge schon machen. Ich denke, das machen wir nächste Folge. Können wir uns dann so ein komisches Ding craften. Das würde ich dann mal gucken. Ähm, dass man ein komisches Ding einfach craften, damit wir aus der DNA dann... Ja, äh... Dino-Saplings machen können, ne? Also so Mini-Dinos. Okay, nehmen wir das hier mal raus. Oh, Fossil Fluss. Können wir daraus was machen? Flourish Cynthia Seeds. Muss man die im Wasser placen? Ja, moin. Ne, auch nicht. Ja, moin. Nein, nein. Oh, Fresse. Okay, gut. Ähm, ja. Wir haben noch ein bisschen Eisen. Das können wir dann schmelzen. Oh, was haben wir hier noch drin? Ähm, Aluminium-Inget. Okay. Ja, auf jeden Fall... Können wir das verbrennen? Ah, ne, schade. Ja. Dann gehen wir jetzt, denke ich mal, noch weiter in die Mine. Ach, stimmt. Ich wollte mir noch was Schwert craften. Äh, zuck. Ich bin so raus aus der Minecraft-Steuerung. Ah, stimmt. So ging das, ne? Gut. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Äh, ja. Komm, das nehmen wir raus. Oh, was war das? Wahrscheinlich auf Discord, was? Okay. Und craften uns jetzt erstmal schönes Schwert. Und zack. Und dann gehen wir jetzt runter. Ich soll jetzt vielleicht mal was essen. Ja, ich denke mal, ich zocke jetzt nochmal so ungefähr 5 Minuten oder sowas, weil ich muss gleich los zur Schule, deswegen wird die Folge nicht ganz so lang. Aber wir haben unsere erste DNA bekommen, das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Und dann haben wir bald unseren ersten Dino. Alter, ich bin so gehypt. Ja, dann müssen wir ein Gehege bauen noch da vorne. Also, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir mal sonst Ideen für eine Art von Gehege. Weil ich weiß nicht, wollen wir einfach ein normales Gehege bauen. Einfach so standard, äh, was ist das da? Ach, man soll sich ja nicht so runter bauen, ne? Einfach so ein, ja, Standardgehege, sag ich mal. Ähm, ich falle hier jedes verkeckte Mal runter. Deswegen baue ich bei Badwars immer die Wege aus. Naja. Ich denke mal, das mache ich dann jetzt auch mal. Ich brauche hier mal ein paar Wege. Ich brauche die Wege mal ein bisschen besser aus. Wir sollten doch gleich mal nach oben gehen wieder. Aber ich will jetzt noch ein paar Fossilien finden. Ähm... Da... Ich hasse diese Dinger so sehr. Ja. Wir werden uns jetzt nicht... Wir werden uns dann nächstes Mal eine schöne Rüstung craften. Und dann werden wir diese Dinge alle erledigen. So, dann muss ich... Also, bam, bam, und dann haben wir die erledigt, ey. Ja, ich... Ich... Ich muss gleich weg, Leute. Ja, ich komme. Entschuldigung. So, ich sammle dann kurz nochmal den Loot ein und dann komme ich. Äh, dann muss ich los. Aber ich bin zu hype, wir haben unsere erste DNA. Gut, dann sammle ich gleich einmal den Loot ein. Äh, nicht den Loot, sondern... Halt, das ist... Weiß wie gestorben. Dass das noch von unseren... Sachen übrig ist. Hm, kommt, kommt, kommt. Äh, falls ihr hier so Dinge hört, das ist wahrscheinlich von Discord. Das habe ich nebenbei gerade noch offen. So, einmal rüber, zack, zack. Ich hoffe mal, dass uns nicht wieder ein Skeletten anschießt. Okay, gut, haben wir das Wichtigste, dürften wir haben, ne? Ja, okay, komm, das Wicht... Oder? Ne, unsere Spitzsacke fehlt noch, ne? Naja, komm, dann machen wir uns eine neue. Aber auf jeden Fall, das war's dann jetzt mit der Folge. Wir sehen uns und schau mal neue!